Das ist die Joker-Karte für dich, von André. Er zahlt auch die Überstunden. Cool. Das muss doch geheim bleiben. Du musst sie verstecken. Noch tiefer. Cool. Weiß deine Frau, dass du nachts überleben, weil du nach Taxi fährst? Ja, warum? Du hast gepennt. Ich habe es gesehen, ich war hinter dir. Du musst doch selber anhalten, wenn du spürst, dass du wegpenst. Hast du allen erzählt, ich könnte nicht weiterfahren, oder was? Dragan, komm hier! Warum glaubst du, dass ich das nicht packe, hä? Da mergst du la an, morzi, măsi, da și mâine pe mormântu, nu măsa! Nu măsa!